Die Yunmi 6 Sterne Garantie. In dieser Folge absolute Erntefrische und 100% frei von Antibiotika und Zusatzstoffen. Konventionelle Schrimpszucht, das ist Massentierhaltung mit bis zu 600 Schrimps pro Quadratmeter. Damit die Tiere unter solchen Bedingungen nicht erkranken, werden Antibiotika und Chemikalien eingesetzt. Diese landen in den Schrimps und belasten die Abwässer. Yunmi-Garnelen haben reichlich Platz und wachsen ganz natürlich in sauberem Wasser artgerecht heran. Erntefrisch, durch die Lagerung auf Eis, werden unsere Garnelen in modernen Produktionsstätten weiterverarbeitet, tiefgekühlt und verpackt. Ohne Zusatzstoffe schrumpfen die Schrimps auch nicht in der Pfanne und bleiben wie in der Packung. Unsere Garnelen sind garantiert unbehandelt und das schmeckt man auch. Yunmi, unvergleichlicher Garnelengenuss. Achten Sie auf die rote Packung mit dem nachhaltigen Gewissen.